Los, lande, Romeo! Ich hab dich! Auf deinem Fahrrad? Vergiss das Vögelchen! Du bist diejenige, die landen wird! Ha! Jetzt haben wir Romeo am Wickel! Catboy, Gekko, los! Los, ich bin allein! Wir brauchen Catboy! Noch ein kleines bisschen! Ciao, ciao, PJ Masks! Gekko, wo ist Catboy hin? Ich versuch mal, ähm, den grünen hier! Nein, nein, nein! Catboy! Wir hätten vorhin deine Hilfe gebrauchen können! Romeo ist entwischt! Ich wollte euch gerade helfen, in meinem unglaublichen Katzenflitzer! Da kommt er! Schnell, versteckt euch! Der Eulengleiter war ganz in Ordnung, aber vielleicht ist ein anderes ja besser! Eine, mene, mane, miste! Welche ist die nächste Kiste? Mein Gekkomobil! Keine Sorge, das Gekkomobil kann nicht fliegen! Also können wir es umzingeln! Los geht's! Cooles Chamäleon! Es gibt nur drei Fluchtwege! An beiden Enden der Straße oder über die Häuser rüber! Ich versperre das andere Ende! Ihr bleibt hier! Catboy, falls Romeo versucht, drüber zu klettern, saust du im Super-Katzentempo über die Dächer und stoppst ihn! Gar nichts von diesem Zeug ist so toll wie die Mondstatue! Sucht weiter, Motten! Warum hast du ihr nicht einfach gegeben, was sie will, Eulett? Weil die Geschenkeule mir gehört! Okay, dann versuchen wir das hier! Super-Katzentempo! Na los, Motten! Wir haben noch nichts! Hä? Hey! Was ist hier los? Alle Türen sind geschlossen, Luna Girl! Du sitzt in der Falle! Puste Kuchen! Mondbart! Nein! Gangen Sie! Puh! Luna Girl und ihre Motten sind entkommen! Aber sie haben alles zurückgelassen! Nur meine Verschenkeule nicht! Sie hat sie geklaut! Können wir nicht einfach so tun, als hättest du sie ihr geschenkt? Tun wir lieber nicht so! Sieht aus, als will Luna Girl die Sachen nicht mehr! Warum will eigentlich niemand diese Katze haben? Bringen wir alles zurück zur Schule! Dann werden alle wieder glücklich sein! Außer mir! Meine Verschenkeule ist weg! Ich hole sie mir zurück! Es gibt hier eine Art Kraftfeld! Ich werde eure Hilfe brauchen, um meine Statue zu holen! Willst du sie nicht lieber doch verschenken? Luna Girl hat sie mir geklaut! Sie hat sie nicht verdient! Okay, du lockst sie raus! Vielleicht kann ich da irgendwie reinkommen! Hey, Luna Girl! Du störst mich! Ich bewundere gerade meine wunderschöne Mondstatue! Das ist eine Eulenstatue! Und du hast sie gestohlen! Nein, ich war mir sicher, du hast sie mir geschenkt! Niemals! Sie gehört mir! Aber sie passt besser zu mir! Ich sollte sie haben! Sag jetzt, sie gehört mir! Sag es! Keine Sorge! Ich fuße den Geruch mit meinem Supergecko-Musky-Mega-Luftstoß weg! Oh, ein ideales Ziel! Stickertacke! Ah! Ja! Ach, ach, ach! Ih, Gecko! Ich weiß, für mich ist es noch schlimmer! Wir müssen nicht unbedingt mit dem Geckomobil Wasserstrahl abduschen! Warum sagst du uns nicht, wo es ist? Du weißt doch noch, wo du es hingestellt hast, oder? Ja, doch! Ich weiß, wo es ist! Es ist nur... Es ist nur... Es ist nur so, ich weiß, wie wir Romeo aufhalten können! Zeit, dass Romeo Angst haben muss, von Eiern erwischt zu werden! Und zwar von einem riesen Dinosaurier-Ei! Das ist das größte Ei, das ich je gesehen habe! Man war faulisierer, könnte es grausam stinken lassen! Gecko, halt! Das Ei darfst du doch nicht werfen! Das werde ich auch nicht, aber er wird sich zurückziehen, weil er das glaubt! Das war's, Eidechsen-Bubi! Perfekt! Hä? Das stinkt! Oh! Oh-oh! Ha! Dieses Ei ist so alt, das stinkt bestimmt jetzt schon! Und wenn ich es faulisiert hab, wird es das stinkigste Stinkerei aller Zeiten! Das hält keiner aus und ich übernehme die Welt erst auf! Wow! Gar kein der Gecko! Er wird das uralte Ei zerbrechen! Ich habe es nur aus Verzweiflung geholt. Und ich bin nur verzweifelt, weil... Weil ich euch nicht die Wahrheit sagen wollte. Höchste Zeit in Hate zu sein! Ich finde das Gecko-Mobil nicht mehr und ich brauche eure Hilfe beim Suchen! Warum hast du das nicht früher gesagt? Weil ihr glaubt, dass ich ständig Sachen verliere. Gecko, es tut uns leid. Wir wissen doch, dass du nicht immer Sachen verlierst. Wir haben nur Spaß gemacht, weil du heute Morgen einige Dinge nicht gefunden hast. Jetzt wissen wir Bescheid und können das Gecko-Mobil suchen. Aber wie findet man ein unsichtbares Fahrzeug? Baby leicht! Super Gecko-Tano! Diese Klebeklatscher sind nicht nur groß. Dank meiner neuen Formel können sie springen. Das macht sie noch viel schlimmer! Was heißt hier nicht schlimm genug? Hast du etwa eine bösere, böse Idee? Das werden wir ja noch sehen. Klebeklatscher Abschluss! Ich stoppe den ersten Ball, während ihr euch um die anderen beiden kümmert. Ich habe eine viel bessere Idee. Erinnerst du dich, meine beste Super-Rettung aller Zeiten? Hier kommt sie! Super-Katzen-Hüpfer! Ah! Ich hab' ihn! Einen Haufen kleiner Bälle zu stoppen ist nicht abgefahren, aber einen riesengroßen schon. Das kommt definitiv ins Buch der Rekorde. Vorsicht, Catboy! Wow! Oh nein, mein Katzenflitzer! Hab' ihn gerade erst gewaschen. Was heißt hier grandiose Niederlage? Ich will eure albernen Ideen nicht hören. Ich bin hier der Schurke. Wir machen die Super-Schurken-Aktion auf meine Art. Ich weiß, dass der Plan nicht funktioniert hat, aber der nächste klappt. Ich bin noch nicht fertig, Pyjama-Plage-Geister. Ihr werdet schon sehen. Warum hat meine Super-Rettung nicht geklappt? Mach dir keine Sorgen wegen deiner Super-Moves, Catboy. Hauptsache, wir gewinnen die Mission. Aber das hier ist meine Chance. Für die beste Heldenleistung aller Zeiten. Nein, Flutschfänger! Perfekt! Ich gucke nur von unten, ob's Gecko gut geht. Also Leute, was ist hier los? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht mal in der Stange festhalten. Natürlich kannst du das nicht. Dank mir hast du jetzt Flutschfänger. Dann macht also der Strahl tollpatschig. Das ist nicht nur ein Strahl, sondern der genialste Tollpatschig-Strahl aller Zeiten. Oh nein, er hat Gecko verstrahlt. Ja, weil du nicht zugeben willst, dass er dich auch erwischt hat. Er ist wegen deinem tollpatschigen Fahrstil aus dem Katzenflitzer gestiegen. Was? Ich und verstrahlt? Niemals! Seht euch meine geschmeidigen Katzenbewegungen an, während ich den Strahl ausschalte. Super Katzen-Tempo! Nein, Catboy, warte! Vielleicht wurde er doch nicht verstrahlt. Super Katzen-Tempo! Hey! Wir müssen sie vor dem Strahl schützen. Sie ist die Einzige, die noch nicht getroffen wurde. Und ich natürlich. Aber wir gehen es an. Ich lenke den Strahl um mit diesem Schild. Ah, Flutschfänger! Ich helfe dir. Für mich ist das leicht, weil ich ja nicht tollpatschig bin. Geht's allen gut? Ja. Was? Nein! Jetzt bist du auch tollpatschig, Spatzner! Mein Strahl hat dir den Dreildreher verpasst. So kannst du nie wieder auf einer geraden Linie gehen. Oh, ich kann nicht mal geradeaus fliegen. Oder anhalten! Oh! Das ist eine Katastrophe. Ihr zwei seid echt tollpatschig. Wie kriegen wir euch nur entstrahlt? Ja! Juhu! Gecko, sei vorsichtig. Das war Luna Girls Schuld. Und jetzt hat sie das Gecko-Mobil geschrottet. Ich düse ins Hauptquartier und hole den Katzenflitzer. Der ist schnell genug, um sie einzuholen. Hey, diese Hupe kenne ich doch. Komm mit! Und jetzt wird's spaßig. Das Auto gehört Cameron und nicht dir. Gib es zurück. Zuerst müsst ihr mich fangen. Ich helf dir mit den Motten, Gecko. Einen Flügelwind! Super-Gecko-Muskel! Hier drüben, Eidechsen-Junge. Wow! Wow! Mich erwischst du nie! Wow! Gecko! Vorsicht! Oh! 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 Du machst alles kaputt! Ah! Das ist nicht fair! Catboy, eil zur Rettung! Kommt mit, Motten! Was ist passiert? Oh nein! Das war keine Absicht. Das war Luna Girls Schuld. Zeit für ein richtiges Rennen! Kommt schon, Pyjama-Plagegeister! Fangt mich, wenn ihr könnt! Gecko, sollte nicht ich fahren? Keine Sorge! Ich hab's im Griff! Das könnt ihr vergessen! Gut gemacht, Ninja-Linos! Und da kommen schon die Pyjama-Helden. Um meine Torte zu bewundern? Das ist nicht deine Torte! Das ist Geckos Torte! Nicht mehr! Das ist meine Party! Ja! Und ihr seid nicht eingeladen! Jetzt beginnt der Party-Spaß! Du kannst keine Party feiern, wenn du nicht Geburtstag hast! Nicht mit meiner Torte! Hä? Hey, Nachtninja! Ich wette, dass ich dich bei einem Partyspiel schlagen kann! Mich schlagen? Spielen wir doch blinde Kuh! Du kannst mich nicht schlagen! Aber wenn du es versuchen möchtest, dann spielen wir Päckchen rumreichen! Aber ich will blinde Kuh spielen! Nein! Das ist meine Party! Also bestimme ich! Dann spiele ich nicht mit! Na gut, ich wollte sowieso nicht mit dir spielen! Ihr beschäftigt Nachtninja! Ich hol die Torte! Oh, ähm... Gecko und ich wollen spielen! Und ihr werdet verlieren! Ninja-Linos Päckchen! Okay, wir reichen es herum, bis die Musik stoppt! Wer es dann hat, packt eine Schicht aus! Welche Musik? Haha! Die Musik ist aus! Ich Glückspilz! Okay, nächste Runde! Ich schon wieder! Ach, ich sagte ja, ich bin gut! Was? So viele Schichten? Ach! Ah! Hab ich ein Glück! Oh, endlich! Ach, seht! Das bin ich in klein! Der Ballon! Oilette! Du verfolgst Catboy! Ich hol den Ballon ein! Ich kann da schaffen! Puh! Oder vielleicht doch nicht! Uah! 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 Catboy! Wow! Wo hast du so fliegen gelernt? So hätte ich das nie gekonnt! Du bist unglaublich! Danke! Ich war wohl ziemlich dämlich heute, was das Fliegen angeht. Es tut mir wirklich leid. Schon okay, Catboy! Moonport! Oh, mein geliebtes Moonport! So schön, dich wieder zu haben! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Wir brauchen deine tollen Flugkünste, um den Ballon aufzuhalten und Gecko zu retten! Danke! Machen wir es gemeinsam! Super Katzen-Tempo! Eulenflügel! Aus dem Weg, Luna Girl! Ich muss Gecko retten! Niemals! Eulenflügel win! Ah! Uah! Gecko! Gar kein Gecko! Jetzt habe ich echt ein Problem! Super Katzen-Hüpfer! Mein Moni-Ballon! Wie hält man dieses Ding auf? Du bist dran, Catboy! Ich bin hier, Gecko! Eulen-Augen! Da ist sie! Ich habe sie zuerst gesehen, also gewonnen! Ich habe sie zuerst gehört, ich gewinne! Wie gar keine Geckos seid ihr! Ihr habt sie beide gefunden! Einigt euch auf Gleichstand! Kein Gleichstand! Wir machen einen Wettlauf! Und zwar, wer zuerst oben auf dem Dach ist, gewinnt! Ähm... Sollen wir jetzt echt einen Wettlauf veranstalten? Gecko hat recht! Außerdem ist es sinnlos! Bei meinem Super Katzen-Tempo gewinne ich Kinder leicht! Niemals, Catboy! Mit meinen Super Eulenflügeln bin ich schneller! Ich besiege dich leicht! Was? Das glaube ich nicht! Ihr werdet schon sehen, wie ich nochmal gewinne! Super Katzen-Tempo! Super Eulenflügel! Wie ein eleganter Panther springt Catboy in großen Sätzen aufs Dach und... Schlägt Eulett um ein Katzenschnurrhaar! Gar nicht! Ich war zuerst oben! Was träumst du? Ist doch egal, wer gewonnen hat! Wir müssen herausfinden, was Luna Girl vorhat! Pssst! Runter! Luna Girl hat die Pfeife! Motten! In zwei Gruppen! Achtung! Fertig! Los, Motten! Formiert euch! Viel schneller! Ich will hier keine Verlierer sehen! Ha! Alle Spielsachen aus dem Spielzeugladen gehören bald mir! Also los! Das Team, das die meisten Spielsachen holt, gewinnt! Zuerst Team 1! Hervorragend, meine flatternden Diebe! Wollt ihr euch das etwa gefallen lassen, Team 2? Schlitternde Schlange! Wir müssen verhindern, dass ihr alle Spielsachen stehlen lässt! Wenn wir ihr die Pfeife wegnehmen, können wir die Teams vielleicht verwirren! Da! Singt nun Motten jeden Ton ins goldene Glänze-Mikrofon! La 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 la! La 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 la! Da kann der Gecko! Luna Girl hat das goldene Mikrofon für ihr eigenes Konzert geklaut! Damit ihre Motten mit ihr singen können! Aber ich hole es zurück! Und? Wenn einer von euch beiden mir dabei besonders hilft, weiß ich vielleicht, wem ich die zweite Karte geben soll! Ich komme mit dir! Dafür ist der beste Freund doch da! Hä? Super Gecko-Tarnung! Da! Ja! Da! Das sieht nach einer einfältigen Eidechse aus! Oh nein, Gekko! Das ist für dich, Schwarzenherr! Super Katzen-Tempo! Gib das Mikrofon zurück, du fiese Gaunerin! Ich stecke fest! Niemals! Ich kann bei Tag nicht zum Jaden Houston Konzert gehen! Also soll das auch sonst niemand kennen! Ich hab Jadens Mikrofon und treff damit jetzt jeden Tag! Oh, wen haben wir denn da? Stopp, kauziges Kästchen! Zeit einzugreifen! Das wird doch nur ein alberner Zusammenkrach! Es sei denn, das ist wieder ein Trick! Und so ist es auch! Eulett! Eulett! Oh, was ist das? Oh! 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 Romeo! Oh! 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 Stellt euch nur all die fiesen Sachen vor, die ich mit diesen Stimmen anstellen kann. Und die Schuld gibt man dann den Pyjama-Plagegeistern. Das ist ja noch genialer, als ich dachte. Oh, warum stoppt das Teil? Vielleicht stimmt irgendwas mit dem Motor nicht. Wo ist es? Ich muss es irgendwo verloren haben. Hab ich dich. Ich hatte sie sicher in meiner Tasche. Romeo, was hast du mit meinen Freunden angestellt? Die sind hier. Aber sie arbeiten jetzt für mich. Was? Eulette, Gecko, haut ab von Romeo. Abgelehnt. Wir befolgen nur noch Anweisungen von Romeo. Das ist irgendwie seltsam hier. Hä? Hier gibt's nichts zu sehen. Oh, wirklich? Dann werfen wir etwas Licht auf dieses Rätsel. Fellballattacke! Was? Wow! Greg, Amaya! Sie haben uns geschnappt, als wir draußen gespielt haben. Es war babyleicht ohne ihre Superkräfte. Aber wenn ihr in den Käfigen seid, wer sind dann die da? Halt dich von ihnen fern, Catboy! Moment, der Hauptrechner sagte was von Robotern. Das sind gar nicht Gecko und Eulette! Ah! Nein, aber du hast gedacht, sie sind's. Obwohl's meine unglaublichen Roboter-Kopien sind. Du wärst jetzt auch eine, wenn ich meine Platine nicht verloren hätte. Ach, eine Platine? Meinst du die? Meine Platine! Sei dir nicht so sicher, Mietze-Kätzchen. Denn bald sorgen meine Robots dafür, dass du auch in einen Käfig gesperrt wirst. Dann regiere ich die Welt und ihr könnt mich nie mehr auffallen! Ha, 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 ha! Catboy, befreie uns, dann können wir dir helfen! Nicht ohne eure Kräfte, keine Sorge. Ich hole eure Pyjamas. Suchst du die hier, Katzenklo-Bubi? Oh? Ja, eure Pyjamas gehören mir. Und du jetzt auch! Wow! Diese Roboter haben die gleichen Kräfte wie Eulette und Gecko? Oh nein, viel bessere! Sieh dir das an! Wow! Extra-Kräfte? Das ist unfair! Ich hab dich gewarnt! Es hat Jahre gedauert, um den Computer für die Superkräfte zu bauen. Aber jetzt sind meine Roboter unaufhaltbar und ich auch! Die Pyjama-Helden! Was für eine Überraschung! Ihr wollt zusehen, wie ich die Weltherrschaft übernehme? Als hättest du das nicht schon mal versucht. Nicht auf diese Art. Ich setze alle meine Lieblingsmaschinen bei einem Großangriff ein. Aber wir werden dich daran hindern, Romeo. Als könntet ihr alle meine Maschinen gleichzeitig stoppen. Mein Roboter wird euch mit seinem Zeitlupenstrahl treffen und dann euer Hauptquartier mit Stinkegas füllen. Und während euch das ablenkt, vereist mein Laborschlitten eure Fahrzeuge. Keine peinlichen Pyjama-Helden mehr. Für immer! Niemals, Romeo! Und da wäre ja auch noch mein Zug. Ich werde mit seiner Supergeschwindigkeit die Stadt zermalmen. Dann baue ich sie wieder neu auf und nennen sie... Trommelwirbel, bitte! ...Romeo will! Das werden wir auch verhindern. Ach, und was werdet ihr als erstes verhindern? Die Vereisung? Die Zeitlupe? Oder meinen Superzug? Das ist echt eine schwere Entscheidung. Ganz genau. Ich muss nur alle meine Maschinen hundertprozentig zum Laufen bringen. Jetzt funktionieren sie noch nicht, weil ihr für Darmablagegeister sie mal lädiert habt. Aber schon bald habe ich sie repariert. Und dann steuere ich sie mit meiner radikalen Romeo-Fernbedienung. Auf Wiedersehen, PJ Masks! Wir müssen an seine Fernbedienung rankommen, bevor er die Maschinen repariert hat. Ich weiß wie. Schnappen wir sie uns mit unserem neuen Move. Ja, bereit, Eulett? Ich habe eine bessere Idee. Ich krall sie mir einfach im Flug. Wer braucht denn einen tollen neuen Trick? Fliegen und krallen. Was soll da schon schief gehen? Danke, Meister. Ich verspinke so gern. Genug verstunken. Ich weiß, dass du das magst. Wie wäre es mit etwas Zeitlupe, Spatzenhirn? Dafür wäre ich jetzt soweit. Oh nein, daraus wird nichts. Was? Nein! Oh, was für ein grässlicher Gestank! Der Stinkekäse wird Romeo sicher aus dem Museum vertreiben. Das hoffe ich doch. Ich schaffe es kaum, direkt daneben zu stehen. Ich halte es nicht aus. Ich brauche frische Luft. Romeo ist draußen. Gekko, nein, warte! Jetzt habe ich dich, Romeo. Was? Das glaube ich eher nicht. Die Wettervorhersage lautet... Stinkig! Oh! Super duper Mütfelspray! Oh! Gekko, alles in Ordnung? Und jetzt kommt der super duper Stinker! Gekko, wir brauchen eine andere Lösung. Romeo hinterherzulaufen funktioniert nicht. Ja, wir müssen Romeo aus dem Museum fernhalten und uns eine Megabox des Bösen schnappen, bevor sie fertig ist. Ein bisschen zu spät, ihr Pyjama-Stinker! Die Megabox des Bösen ist endlich fertig! Tada! Und das alles für eine kleine Flagge? Das ist ja gar nicht so böse. Sie hat das Beste übersprungen! Ja! Ja! Schaut! Was passiert mit der Stadt? Du meinst von Romeopolis! Du und du, ihr poliert mein Meisterwerk Und der Rest von euch versteckt die anderen Gemälde im Museum Was für ein Wunder Was für eine Schöpfung Was für ein wunderbares Exemplar Ich bin der großartigste Künstler aller Zeiten Sehe ich richtig oder spinne ich? Das ist eine riesige Nachtninja-Statue Die sehen wir uns genauer an Gekko-Mobil-Zahnung Sie ist fantastisch Nein, sie ist furchtbar Kommt runter Ich möchte nicht, dass ihr aus Versehen auch mein Meisterwerk zerstört So wie diese Funkelblitz-Skulptur in der Schule Dann wurde deine Skulptur nicht absichtlich zerstört Wie könnt ihr es wagen, mein wunderschönes Kunstwerk zu beschmieren? Wischt es weg Sofort! Und? Habt ihr denn schon alle anderen Kunstwerke im Museum versteckt? Gut, bald werde ich sie los sein Für immer! Das ist also sein Plan Er versteckt alle Kunstwerke, damit nur noch seine Statue übrig bleibt Nicht, wenn ich ihn daran hindere Nach dem, was er meiner Skulptur angetan hat Ist das jedoch die perfekte Art, es ihm endlich heimzuzahlen Warte, er hat deine Skulptur nicht absichtlich zerbrochen Es war ein Versehen Ihr nach, Ninjalino Eulett, warum hast du das getan? Das war keine Absicht, aber es geschieht ihm recht Das hat er auch mit meiner Statue gemacht Oh nein, meine Statue Mein wunderschönes Kunstwerk Es ist zerstört Kaputt Ihr seid als nächstes dran Wir müssen in Deckung gehen, schnell Hey Leute, wartet auf mich Ich kann wieder fliegen, noch schnell rennen Gekko, Achtung! Super Katzentempo! Okay, Gekko, folgender Plan Während Eulett und ich Romeo ablenken, schnappst du dir seine Maschine Was? Aber ich kann weder springen noch fliegen Und was, wenn ich es könnte? Vielleicht kann ich das Hauptquartier retten, wenn ich fliegen lerne Wow! Ich komme! Gleich hebe ich hoch in die Luft ab Gekko, was machst du da? Versuchst wohl zu fliegen, hm? Komm, lass dir von einem Genie helfen Oh! Ha, nicht ganz! Du hast nur meine Flügel erwischt Wow! Ich kann wirklich fliegen! Oh, aber nicht in die Richtung, in die ich will Leute, Hilfe! Los, Eulett! Halte durch, Gekko! Ich komme! Danke, Eulett! Kein Problem, aber Fliegen ist nicht die einzige Lösung Warum benutzt du nicht deine Tarnung? Meine Tarnung? Wirklich? Es gibt viele Möglichkeiten, ein Problem zu... Wow! Was ist hier bitte los? Ich hab dich erwischt, Schwarzenherrn! Das ist los! Endlich schaff ich's da runter! Ich komm nicht an dich ran! Versuch zu fliegen, um die Antischwerkraft zu überwinden! Oh! Ich bin zu leicht! Ich kann's nicht kontrollieren! Ein PJ Mask ist am Boden! Oder vielmehr oben! Fehlen noch zwei! Jetzt müssen wir Romeo besiegen und Eulett retten! Ich kümmere mich um ihn, du rettest sie! Super Katzensprung! Aber ich hab nicht die richtigen Kresse! J excerpte zusammen! Super Katzensprung! Untertitelung des ZDF, 2020